Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und dieses Video wird auch nicht geschnitten, also ist wie so eine Art Livestream. Wir werden auf jeden Fall mal das neue Star Wars Event ausprobieren und ja ich hätte gesagt wir starten sofort und mal schauen wie das ganze so wird. Auf jeden Fall richtig cool, dass man hier im Hintergrund so Art Special Effects hat. Nice, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall gehört es soll Laser Schwert geben, Laser Schwerter und ja. Wir landen, da gibt es guten Lot. Katschern ist nie hoch. Dann irgendwo runterspringt. Naja, hätte beinahe geklappt. Ja genau, da haben wir ausgewählt. Ich bin wirklich gespannt wie es wird. Ach und übrigens ich habe so einen Kleider bekommen. Umsonst. Der ist auf jeden Fall, sieht richtig cool aus. Ich muss mal testen wie es jetzt aussieht, wenn ich springe. Und ja, auf jeden Fall meine erste Runde. Mal schauen wie es wird. Vielleicht holen wir ja auch noch einen. Ja mega. Alter, das sieht ja mal cool aus. Vielleicht holen wir mal den epischen Sieg. Der sieht richtig cool aus. Alter, das war mal klasse. Alter, das war mal klasse. Das war mal klasse. wir holen die hoffe ich mal ja besser konnte man jetzt auch nicht ja moin wie schlecht bin ich denn ja wo ist der ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl das muss doch irgendwo hier sein du 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 nein come on wo kann ich jetzt das geschenk hin tun juhu ich sollte mich auch mal in Richtung zone begeben vielleicht ein bisschen schlau ja moin wie geil coole waffe auf jeden fall die bringt was wir haben irgendwie null deckung wie viele spiele noch 35 20 juhu 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 So, wenn ich jetzt mal was zu sortieren wäre, wäre ich recht schlau, so, oh no. Best, na, ja, gut. So. Ja, moin, wir können jetzt laufen, wir können jetzt laufen. Irgendwas sagt mir, dass hier noch ein Gegner ist. Wo steht, wir müssen uns beeilen? Aber ich frage mich wirklich, ob es Lacer-Schwerter nur für die Leute gibt, die was dafür bezahlen. So, come on. Hält's ab, wenn wir einen Mate-Kit haben. Ist der der guten Loot? Nicht mal mehr, wo der gestorben ist. Ja, moin, man kann auch erstmal 10 Seiten gleichzeitig öffnen. So, come on. Okay, die Zone zerstört komplett. So, come on. Das dumme ist halt, wir können auch gleich schon wieder weiterlaufen. Okay. 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 Vielleicht denkt der ja ein bisschen fort. Okay. Also, der noch nicht Jupiter geht. Ich hab nach. стен fandctional auf dem Hauptzeit. Okay. Gut. Okay. als ob der mit so viel leben überlebt hat ja moin ich hätte gesagt wir schauen uns noch zu ende ich bin mal gespannt wer gewinnt anonymen weißt du das ist auch so perfekt dass er anonymen heißt irgendeine hacker bestellung wie gut er ist wenn er jetzt gewinnt ich schwöre euch ja jungen erstmal 10.000 fehler machen wer weiß gar nicht genau wo die leute sind wie schlecht ist ja ja genau weißt du das ist dann auch derjenige der für stunde am ende gewinnen davon gehe ich aus da war ich ganz genau weil haben die und eine palette dran hängen ich schwöre euch was hat er für eine waffe ja junger hoffentlich hat er das auch gut ich bin mir frei als ob er nach unten gefallen ist der weiß genau wo der ist selbst mit mir junge ehre genommen wer ist das jetzt haben wir nicht sehen oder man sieht leider nicht wer das ist oder junge maschine der kann das echt gut wo ist es 2 nur das also der am besten 2 2 was ist 2 genau 1 gegen 1 er weiß aber jetzt eh schon dass der drüben snipet ich finde ich ist das traurige und ich hoffe mal ich weiß nicht wer gewinnt pass auf hinter dir naja wer ist doch der der hat auch gesnipet der ist ja nicht hingegangen ich habe irgendwie so ein schlechtes gefühl da guck ich hab gewusst jungen jungen als ob du 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 dann hätte ich auf jeden fall gesagt wenn euch das video oder dieses diese art live stream würde ich mal sagen weil der ersetzt im prinzip den live stream gefallen hat dann lasst alle mal ein like da vergesst nicht zu abonnieren und teilt gerne das video mit euren freunden und ja dann hätte ich gesagt haut rein ciao euer actionwolf bye